Hallihallo meine Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay. Diesmal ist es ein Pokémon-Fangame und zwar heißt es Pokémon Infinity und in dieses Spiel werden wir uns nun stürzen. Hey, wach auf! Come on, kid, wach auf! Okay. Es ist ein Fangame, noch nicht allzu alt. Can you hear me child? Ja. Okay. Let's test your memory. Achso, du bist ein Junge oder Mädchen? Ein Junge ist ja, ganz klar. Man kann auch Mädchen spielen, aber ich spiele auch immer Jungs. Keine Ahnung, damit kann ich mich mehr identifizieren. Wow, ruhig, sachter Brauner. Okay, erinnerst du dich an deinen Namen? Ja, cool, das kann ich hier so mit der... Ergut. Mein Name ist Eric. Das sollte jeder von euch wissen, so mittlerweile. Das ist Professor Warmwood und das ist seine Assistentin Lucy. Okay, und wir gehen jetzt zurück in die Stadt. Du wurdest an eine nahe Stadt gebracht, um dich auszuholen. Und du bist für ein paar Stunden erstmal weggelegt. Ja, Standard. Standard, wenn wir an einer neuen Stadt sind. Okay, ja, also das ist ein Fangame. Das habe ich gefunden und das hat für mich ganz interessant ausgeschaut. Sollen wir das lesen? Ja. Okay, das Building auf dem Hügel. Und das hat für mich interessant ausgeschaut, weil ich bin ja ein Fan von solchen Fangame-Floy. Also ein Doppel-Fan-Fan, also Fan-Fan halt. Und ja, da habe ich irgendwie gedacht, probieren wir das mal aus, das Ganze. Ich wünsche, ich könnte drüber schwimmen. Es ist halt auf Englisch. Also meine Übersetzungskünste innerhalb von ganz kurzer Zeit lassen immer zu wünschen übrig. Deswegen nehme es mir nicht übel, falls ich auch einfach mal das Englische rausballere. Mein Kopf versteht es. Mein Mund kann es nicht umsetzen. Nicht immer zu 100%. Außer sowas. Hey, hier. Ich vereine dir einen Forrest Golfmann. Okay. Okay, Professor Warmwood will uns sehen. Und wir sollen mitkommen. Das ist das kleine Dingelchen hier auf dem Hügel. Alles klar. Ja, es hat eben interessant für mich ausgeschaut. Der driftigste Grund, so vom schnell überfliegen sozusagen. Den seht ihr gleich. Also, das ist das Professor-Laboratorium. Fühl dich frei, hier einfach mal ein bisschen rumzuschlökern. Und er wartet auf der anderen Seite des Raumes auf dich. Nimm dir Zeit. Ich bin sicher erst nicht in Eile. Also, mach hin. Machen Ruhe aber bei LD. Weißt du mal was? Wow. Jetzt habe ich hier das Menü aufgerufen. Oh. Wie komme ich da wieder raus? Ach, mit B komme ich raus. Aber auch ins Menü. Gucken wir uns mal das Menü kurz an. Also, wir haben hier jetzt schon den Beutel gesehen. Ist ganz klar wieder aufgeteilt. Moves, Pokowelle, Bären und so weiter. Was haben wir? Hier haben wir unseren Trainer-Pass. Wir sehen hier schon 5 Orden, die wir erstehen können. 3000 Money ganz klar. Kann man sich die Seite auch umdrehen? Ne. Wir haben den 21. März. Also ja, es ist schon ein bisschen spät. Es wird auch bald der 22. März. Aber ihr werdet es, denke ich mal, nicht am 21. oder 22. März sehen. Erstmal speichere ich die Datei. Ja, das geht ganz zügig. Also scheint es hier 5 Orden zu geben. Und naja, hier sehen wir auf jeden Fall... Ne, wir sollen ja zu warm uns erstmal. Ich dachte schon, die will uns jetzt irgendwie zuquatschen. Ah, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, du fühlst dich schon bestimmt ein bisschen besser. Ich hoffe, wir könnten reden. Bitte folge mir, wo wir ein bisschen frische Luft schlappen können. Lucy! Brauchen Sie etwas, Professor? Ja, danke. Kannst du bitte das koordinieren, worüber wir vorhin gesprochen haben? Natürlich. Danke, Lucy. Na los, komm mit. Okay. Was ist jetzt? Let's go Pikachu and Irony. Ich lebe hier schon seit einer langen Zeit. Ich habe hunderte von Leuten getroffen. Alle diese Leute, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Die waren alle mit mir hier in Ego. Also Ego scheint dieses kleine Dorf hier zu sein. Abenteurer, Trainer, Züchter, Businessleute, Bauern, also Farmer. Auch Leute von komplett anderen Regionen waren hier. Das Ding ist, Ego ist eine kleine Inselregion. Achso, das ist die ganze Region. Und wenn jemand hier Fuß gesetzt hat. Der ist in der Soul oder ein... Hä? Achso, wir haben nicht im Wald gefunden. Achso, der weiß gar nicht, wie wir hierher gekommen sind. Ja, das weiß ich auch nicht. No Tracks, no Records. Achso. Achso. Es ist überhaupt kein Verkehr gewesen die letzten Wochen. Und er fragt sich, wie wir hierher gekommen sind. Und niemand hat eine Idee auf der ganzen Insel, wer wir sind. Hast du einen Plan? We have an who you are. We have an who you are. Why... Und warum ist das so? Weiß ich nicht. No memories to help this mystery. Also wir haben keine Erinnerung und sind hier plötzlich auf dieser Insel gestrahlt, die Ego heißt. Do you know what the problem... Ja, das wissen wir. Okay, also Dane ist nicht so sehr verletzt, wie ich befürchtet habe. Das ist mein Pikachu. Wir sind Partner seit Jahren. Mein Pikachu hat mich beschützt. Immer und immer wieder in unseren vielen Abenteuern. Ich glaube, da wo du herkommst... ...brauchst du selber... Also, kurz und knapp. Du brauchst nur selber einen Partner. Sozusagen, um auf deine Reise zu gehen, um herauszufinden, wer du bist. Achso, da solltest du dir jetzt vorbereiten. Ich habe hinter mir 3 Pokébälle, wo junge, unerfahrene Pokémon drinstecken. Wie ich dir schon gesagt habe, um über die Insel zu wandern, brauchst du einen Partner, der dich beschützt. Also, take a look. Take who you want. Okay, wir haben hier die Qual der Wahl. Und das ist jetzt auch schon dieser Hauptgrund, den ich genannt habe, warum ich dieses Spiel unbedingt mal ausprobieren wollte. Weil... Wir sehen hier... Shiggy. Aber nicht Shiggy die Schüttgröte. Sondern Shiggy das Regenwolken-Pokémon. Also die Starter-Pokémon sind ungeändert worden. Sozusagen. Und beinhalten jetzt nicht mehr diesen Standard. Also wir haben jetzt einmal Shiggy, der so ein bisschen aussieht wie eine Regenwolke. Dann haben wir Glumanda, The Flare Lizard. Also mit einer blauen Flamme. Auch richtig cool. Aber auch so ein Horn oben drauf. Also ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Und dann haben wir noch dieser Samen. Das Kaktus-Pokémon. Also das... Der wird richtige Riesen-Kaktene als dieser Floor haben. Und da ist natürlich jetzt die Qual der Wahl, welches Pokémon wir nehmen sollten. Weil eigentlich ist ja Shiggy mein Favorit. Aber ich habe Angst, wie Turtok dann aussehen soll als Regenwolke. So. Ah, wir nehmen Shiggy. Wir nehmen einfach Shiggy. Da gibt... Da kennen wir jetzt nichts. So. Äh. Shiggy. Nackt. Lord Shiggy. Passt nicht. Äh. Wolki. Ne. Ach. Na. Dann lass mal's bleiben. Mann. Ich kann... Ich... Es tut mir leid. Ich wollte Spitznamen geben. Ich bin einfach zu dumm zu. Ah. Eine gute Wahl. Mit einem Pokémon an deiner Seite solltest du die Möglichkeit haben, die Insel zu erkunden und Antworten auf deine Fragen zu finden. College? Oftmal? Achso. Du solltest ein College. Ein altes College besuchen. Was im Nordosten von hier ist. Der Ron in Lighthouse. Okay. Lighthouse? Ist das Theater? Wenn du irgendjemanden von irgendeinem Hilfe brauchst, wirst du dort deine Hilfe finden. Ihr Name ist Professor Vorn. Sie ist eine... Der Name. Okay. Also sie ist eine der schlauesten Personen, die ich kenne. Okay. Aber sag's ihr nicht, das steigt dir über den Kopf. Haha. Okay. Und hier ist noch der Pokédex. Lol. Der ist eine Handelfeld. Okay. Achso. Jetzt bekommen wir noch ein paar Items für unsere Reise. Okay. Dann würde ich mal sagen, das ist ja furchtbar, wie ich hier meine Englischkünste präsentiere. Hier haben wir erstmal Shiggy. Tiny Turtle Pokémon. Okay. Okay. Shiggy produziert eine kleine Wolke als ein Schwanz und benutzt es, um auf ihr zu schweben. Ein Keep It Self. Cool. Achso. Und hält sie kalt. Okay. Okay. Vielleicht hätte ich noch Blumanda nehmen können. Haha. Jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, welches Pokémon ich hätte wählen sollen. Okay. Also im Nordosten. Finden wir die Antworten. Haha. Die wir suchen. Also. Jetzt sind wir erst mal prompt falsch gegangen. So. Also wir versuchen jetzt einfach mal nach Nordosten zu gehen. Oh. Haben hier auch schon irgendeine Karte oder so? Nö. Haben wir nicht. Dann kriegt man hier eine Karte. Das ist ja halt interessant. Was löst du hier so blöd um? Bist du hungrig für ein Abenteuer? Dann einfach in die Richtung. Machen wir. Der Mondsteinweg. Okay. Und ein bisschen altertümliche Musik. Und was ist hier? Der erste Encounter. Und das ist ein Pidgey. Ein Taubos. Ach. Ein Tauboga. Das System hier ist richtig cool. Es sieht richtig hübsch aus. Wir haben 20 KP. Wir haben... Was ist denn? Rift Raw? War das Panzerschutz? Ich glaube das ist Panzerschutz. Wir setzen erstmal den Blubber ein. Oh. Sieht lustig aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde das süß. Ist das eine Tagline? Squirtlecrap? Warte. Warte. Was war das gerade? Und jetzt so? Bubble? Jetzt ist es ein Wassertyp. Wir haben uns Shiki noch gar nicht angeguckt. Was hat denn der für eine Fähigkeit? Das ist jetzt aber interessant. Summary. Okay. Also Shiki ist das Regenwolken-Pokémon. Was do... Doxil ist weiß ich nicht. Der hat... Ach so. Der hat Wanklungskunst. Das ist ja cool. Also immer mit einer Angriffsattacke nimmt er die Typen von der Attacke an. Also können wir ein Normal-Pokémon sein oder ein Wasser-Pokémon. Das heißt wir negieren mit einer Tackle unsere Wassertypen-Schwächen, die wir so haben. Ist ja cool. Hast du noch was zu sagen? Ich dachte jetzt alles ist so ein bisschen abgewandelt. Ist leider aber nicht so. Das wäre auch ziemlich cool. Hier können wir schon mal in Verscheinung treten. Hier kann man jetzt Tacklen. Das ist jetzt ein T sein. Das ist auch schon ziemlich krass auf Level 4. Ich dachte jetzt schon das geht daneben, weil das so ein bisschen kleiner Aussetzer war. Aber wir sind nur noch vom Typen Normal geworden. Wenn der jetzt die ganze Zeit so ein T sein setzt, dann bin ich hin und weg. Tail Whip. Carry Wind. Oh, macht aber überhaupt keinen Schaden. So, wir setzen jetzt weiterhin den Tackle ein. Jetzt wird er nämlich auch eine Synthese nicht mehr so gut funktionieren, weil wir jetzt mehr Schaden machen. Und erreichen Level 6. Cool. Oh, wir kriegen auch schon richtig geklärt. Hat Squirtle versucht die Nimbus-Faust zu lernen? Was ist denn die Nimbus-Faust? Double hat nur Stärke von 20. Das ist natürlich klar. Tackle hat hier 14 anstatt 50. Withdraw is der Panzerschutz. Was ist Nimbus-Faust? 15. Okay. Sehr wenig AP. Hat Stärke von 38. Step natürlich. The Strike of Contents mist Private doesn't strike the foe lowering the base of security. Ach so, also das ist ein Schlag aus Nebel sozusagen oder im Prinzip ein Wolkenschlag und er senkt die Genauigkeit des Gegnern. Ja, dann nehmen wir natürlich den Panzerschutz weg. Ich denke mal, das ist das Sinnvollste. Ist ja richtig cool. Haben wir jetzt irgendeinen Trank schon oder so? Ja, wir haben Items mitbekommen. Town Map. Das kann man ja mal benutzen. Okay, ist das die ganze Karte von dem ganzen Spiel jetzt? Oder von dem ganzen Fangame? Also denkt daran, es ist kein offizielles Spiel, sondern es ist nur ein Fangame. Den Link von dem Macher sozusagen findet ihr in der Kommentarsektion, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Also wir waren jetzt hier in Haydastown. Was ist das für ein riesiges Ding? Hayesport City. Also da werden wir wahrscheinlich mit einer Fähre irgendwo anders hinschippern. Und wir müssen nach hier in der Searidge Town. Was ist denn hier oben? Frostrift. Town Ruins. Okay. Hier sind irgendwelche Höhen. Echo Rock Town. Cool. Wow, hier haben wir schon fette Tränke und alles. Sogar Beleber. Die Barry können wir Squirtle geben. Und da würde ich mal sagen, guck mal einfach mal weiter. Ist das so ein Gebüsch zum Zerschneiden? Ja, tatsache, das ist so ein Zerschneidergebüsch. Ist ja alles interessant. Oh, hier läuft nicht der Rallye rum. Will das dann kämpfen? Wow, tatsache. Ist ja krass, hier gibt es ja so Encounter wie in Let's Go Pikachu und Evoli. Dann setzen wir gleich mal die Nimbus-Faust ein. Wow. Das war schon ziemlich cool. Ich denke mal, wir sollten... Ah, jetzt hat er tatsächlich die Beere gegessen. Wir setzen nochmal die Nimbus-Faust ein. Wir brauchen erstmal ein bisschen Erfahrungspunkte. Die Teckel sitzt natürlich nicht ganz so. Ah, gut. Jetzt haben wir auch Teckel eingesetzt. Aber dass das Shigi Wandlungskunst hat, finde ich ziemlich geil. Also mal ganz im Ernst, das ist richtig cool. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel jetzt findet. So vom ersten Blick. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Hier finden wir erstmal ein paar Sienelbeeren. Oran Berries. Ist richtig cool. Es verbindet so auch diese alten Spiele so im Playstyle. Also wow. Das ist aber irgendwie richtig cool. Wir finden einen Pokéball, der aussieht wie ein Pokéball-Loll. Wir finden auch einen Pokéball. Also hier liegen überall Pokéball rum. Leider können wir noch nicht rennen. Das wäre jetzt eine richtig coole Funktion. Weil ich finde, der läuft ein bisschen schleppend. Aber es ist halt immer Anfang im Spiel so. Mal gucken. Das oben wird bestimmt der erste Trainerkampf sein. Der ist so eine weiße Kappe. Oh, Tatsache. Ah, dieser Hut macht, dass ich cool aussehe. Ja, ganz bestimmt. Ja, du siehst richtig cool aus. Und er schickt Stareil in den Kampf. Da setzen wir erstmal gleich die Nimbus-Forst ein. Das ist so unser bester Move, den wir haben können. Damit können wir auch die Genauigkeit im Prinzip senken. Müsste auch funktionieren. Jetzt setzen wir halt mal Blubber ein. Man muss natürlich jetzt sagen, wir haben leider keinen Sturzbach. Also, dass wir dann noch mehr Schaden rausböllern. Aber damit sollten wir eigentlich klarkommen soweit. Aber wir heilen erstmal unser Schicki auf. Ich weiß noch schon gar nicht, wie lange dieser Part jetzt hier geht. So, wir haben hier schnell aufgeheilt. Ist ein bisschen verwirrend. Die Tastlegung ist andersrum. Kräft er uns auch an, wenn wir einfach nur daneben stehen? Tatsache. Ich habe ihn jetzt nicht angedrückt. Also, das ist ein Auto-Angriffs-Ding. Sozusagen. Ich setze immer die Nimbus-Forst ein, aber irgendwie senkt es nie die Genauigkeit. Also, das scheint vielleicht so ein 10% Genauigkeit. Also, ein Genauigkeits-Prob zu sein. Also, wir halten fest, so gut wie nie. Oder so ein ganz hyperaktiver. Der wird jetzt bestimmt auch wieder Beef haben wollen. Ja, ja. Hi, ich liebe Shorts. Sie sind so toll, so gemütlich und einfach zu tragen. Erinnert mich so ein bisschen an den Typen von Vollrot und Blatt-Kuh. Ja, ich liebe Shorts, aber ich bin in den Brennnesseln mit Busch geraten, oder was der Herr gesagt hat. Ah, jetzt so. Jetzt hat er einen Drop gekriegt. Dafür haben wir einen Critical Hit gefressen. Ist sehr gerecht. Danke. Danke dafür. So, getacklet hat Drift. Also, da kann ich noch so viel droppen lassen. Ist interessiert, tut relativ wenig. Danke dafür. So, dafür sind wir Level 8. Ich denke mal, ich sauts ein bisschen, bis wir die nächste Attacke bekommen, aber es bleibt spannend, was der so als nächstes lernt. Und wenn er schon eine Nimbus-Faust kann, dann ist es auf jeden Fall interessant, was da als nächstes noch kommt. So, Merchants Ridge. Ja, also das kann ich nur nicht übersetzen. Ich weiß nicht, was Ridge ist. Aber Merchant ist, glaube ich, so etwas wie Händler. Also eine Händlerstraße. Wow. Guckt euch mal den Horizont an. Wie geil. Wenn jetzt noch die Wolken so vorbeigezogen werden, das wäre jetzt ultra cool gewesen. So, hier können wir Sachen kaufen. Netzball, Schwerball, Turboball oder Nestbälle. Wie teuer war der Nestball gerade? Ach, auch tausend. Okay. Nur der Schwerball kostet 300. Aber, ja, ein Schwerball funktioniert nur bei ganz schweren Pokémon, also ist das nicht so sinnvoll. Und hier ist Lucy. Achso, er möchte uns einen EP-Teiler geben, sodass jedes Pokémon im Team Erfahrungspunkte bekommt. Okay. Okay, danke. By the way, if you catch too many Pokémon... Achso, ja. Also, wenn man zu viele Pokémon fängt, werden sie automatisch in den PC transferiert. Ist natürlich klar. Auf geht's nach Seeridge Town. Noch ein kleines wenig. Und ich habe den Pokémon geheilt. Okay, gut. Dann würde ich noch sagen, diesen Trainer machen wir noch. Und sammeln das Item auf. Dann ist der Papa schon vorbei. Der Youngster Joe will mit uns kämpfen. Harten Pidgee. Die sollten... Achso, ja, sie hat uns geheilt. Dann können wir auch wieder unsere Nimbus-Faust-Nimbus-Hust benutzen. So. Aber ich muss sagen, die trifft gut. Dafür, dass er Genauigkeit 95 hat. Ich habe ja gerne auch eine solche Attacke mal daneben. Wow, Critical Hit, das haben wir gleich auch nicht erledigt. Die Werte sind irgendwie cool. Ah, jetzt kommt auch die Erkbar-Knarre dazu. Ich finde, wir brauchen viele Attack-Moves. Also, Bubble und Nimbus-Faust lassen wir, aber Tail-Rip. Also, solche Attacken, wie Rotenschlag oder Heuler, die bringen immer nur bedingt irgendwas. Muss man echt sagen. Und dann würde ich sagen, hier an diesem wunderschönen Horizont speichern wir unser Spiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir hier bei Pokémon Infinity nach Searidge Town gehen und dort gucken, was passiert. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr auch Pokémon Infinity nicht und könnt mit mir weiterhin dieses Abenteuer bestreiten. Und dann würde ich mich verabschieden. Wir hören und sehen uns bei den nächsten Videos von mir. Bis dahin, macht's gut, euer Xetra.